Falsches Material P Nein N P für Höfe So, dann gehe ich mal hier auf O Die ist jetzt schon mal nicht die Dachschindel Also das ist ja die Tatami-Watte ist auch nicht So, vielleicht Sag mal nimmst du mich mal mit Was war denn das gerade Haut der einfach hier ab Haut der hier einfach ab Ist es die hier Ach, die ist es Okay Dann, ja jetzt habe ich so viel Geld umsonst ausgegeben Na wo ist es denn jetzt Ich weiß gar nicht wo es ist Irgendwo verschwunden, ja Ich kann nichts mehr aufheben Wenn ich auch wüsste wo es ist Mist, 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 Mist Gut, ich speichere mal ganz kurz ab Ja, und dann gehe ich nochmal hier raus Ich weiß ja jetzt was ich brauche Einmal beenden, Hauptpenny Ich hoffe die kleine macht nur hier mittagsschlafen Und bis Ich wollte ja eigentlich nicht so lange machen Jetzt bin ich ja Jetzt hänge ich hier schwerer halbricht unter dran Ja Wow Das war mal eine schnelle Ladezeit So, fortsetzen Ja, japanisches Haus Und ja, ich würde das gerne jetzt rausschmeißen Aber irgendwie geht die rechte Maustaste gerade nicht Obwohl ich eine neue Maus habe Und das liegt am Spiel Ja, am Spiel Nicht an der Maus Die ist ja neu Ja, ich weiß Hammer Ist immer gut Ähm Ja, ja Ich weiß Ich wollte ja gerne Oh Ähm Was habe ich denn gemacht Hier, die Dinger, wa? So Kaufen Ja, ich weiß Hammer schon hinter uns Ja Ich würde gerne hin Lässt du mich mal? So Dankeschön Ah Ein Stein kann ich jetzt nicht mehr schleppen Obwohl ich so stark bin Manchmal hängt er an so Kleinigkeiten fest So So kleine schöne Dachziegel hier Ah, ich kann die Maustaste auch gedrückt haben Ist ja cool Ich weiß gar nicht, ob das ausreicht Aber ich hoffe es Ich mache einfach mal hoch und runter So nach dem Motto Wird es schon stimmen Aber es sieht ganz gut aus Aber es sieht ganz gut aus Ich glaube es reicht Ich bin ja echt perfekt für die Massenproduktion Ich bin der perfekte Quereinsteiger für den Bau Ich lande super schnell Obwohl ich einiges nur unterböhmischen Dörfern verstehe Aber es funktioniert Und es passt Es hält So So Vier Stück Jetzt haben wir endlich mal den Skillpunkt Was ist denn das? Du kannst das jetzt freischalten Japanische Dachziege Ok Perfekt Was kommt denn jetzt noch dran? Hier auch. Okay, dann gehen wir gleich mal hier hin und holen noch mal japanische Dachsäge. Oh, da, hier. So, du kannst gleich weiterfahren. Du musst nicht auf mich warten. Ich bin der beste Kunde überhaupt. Wow, ich bin ja so richtig in einem Maschinengewehrmodus, wahr? Ja, das Dach. Mein bester Feind. An einen Hengsmailer geschafft. Ja, ich hätte so. Wisst ihr was, ich bestehe gleich zweimal. Sonst muss ich ja hier doppelt hin. Das ist dann auch echt nervig. Okay, du musst warten, bis ich hier fertig bin mit dem Bauen. Aber es geht jetzt auch langsam zügig hier. Das wird ja auch mal langsam Zeit. So, hier auch. Jetzt habe ich ja noch die hier, wahr? Ich habe die ja noch irgendwo in der Hinterhand. Aber ich kann nicht darauf zugreifen. was ist das Problem? Ne. Ähm, P. Gegenstände. Ich hänge gerade an diesen Teilen. Also, die habe ich doch da. Wieso komischen Teile? Aber ich kann nicht darauf zugreifen. Das will irgendwie nicht. Ja, bin ich. Ich weiß es nicht, warum. Das hat sich irgendwie aufgehangen in der Situation. Ähm, ja. Jetzt hängt die Leiter hier irgendwie in der Loft. Super. Ich kriege, ich traue, was an der Leiter. Ich nehm ich die Hände auf. Ich habe die Leiterung. Ich hab Landgemacht gemacht. Ich bin wirklich dabei. Und ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja das.